hallo leute und herzlich willkommen zurück bei blackmail wukong und ich soll hier ich dachte das springt hier runter ok hier kann man nicht rübersprungen rechts ok ich glaube wir müssen dahin einmal hier einsammeln dann habe ich irgendetwas gesehen ist das ein spa- nein ok da sieht ihr wie auf dem bild aus bevor ich das mache bezwinge ich den typen da so pa told me when the dust stops und 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 hier haben wir die typen besiegt unterm grund des brunnens also nach der lösung müssen wir dahin wo wir den erdwolf besiegt haben das ist da oben dann machen wir den typen kalt und dann geht es weiter im neuen kapitel so und wir gehen hier entlang so der typ ist ja hier alleine ok ganz ruhig wir haben es geschehen hier genau und das ist mir nicht wichtig als nächstes kommen hier die punkte und wenn wir da haben können wir hier punkte investieren in den dingern hier also es kommen neue fähigkeiten dazu die witzendlich geiler sind und da werde ich punkte investieren also hier irgendwo soll ein da hinten nehme ich mal an ok sieht so aus hier beim brunnen hier 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 Der Vater ist der Titel unter dem Yellow Wingue. Bruder oder nicht, ich werde meine Vengeance geben. Wo ist denn der Chia? Wow. What the f**k? Machst du... Okay. Oh. Hey. Das neu. Äh... Medizin, Laden... Hier kann man nichts kaufen, oder? Nein. Okay. Interessant. So. Okay. Ja. 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 Achöleit wird mit Lakaien übersetzt? Achöleit sollte doch ein Akolythen sein. Also... Oder Messdiener. Ja. Ha 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 ha! How can you win your name if you seek the Swayes? Die! 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 Okay, der Typ ist heftig, Mann. Dabei sollten wir jetzt eigentlich sehr viel Rüstung haben. So. 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 Oh, verdammt. Ja, natürlich kann ich nicht treffen. Aber kann man noch leben? Dann muss... Ja, verdammt. Ja, besiegt. Alle beide, Tiger und Kind, tief in der Wildnis verloren. Die Brüder und ihr Vater, ihr seid ihnen allen begegnet. Ja. So verwenden wir wieder uns zurück. Okay. So, als erstes einmal nehmen wir das hier. Wir hätten uns heilen sollen. Blütender Tiger. Das hat sie nicht voll geheilt, oder? Nein. Wir hätten uns heilen sollen. Gut. Wütender Tiger. Hier. Ähm. Erhört die Eingriffs... Den Eingriff moderat, verringert das maximale Leben jedoch stark. Nee. Vergiss es. Wir verwenden uns einfach in dem... Und schreit nur. Wow. Das ist so ein Bullshit. Das ist so ein Asser. Was ist das? Das ist so ein Asser. Guck. Das ist so ein Asser. Okay, in dem Fall schauen wir uns das mal hier an. Ähm, halbiert die Lebenswiederherstellung, erhöht jedoch nach Verwendung der Gurte für kurze Zeit den Angriff. Nee, danke. Ich glaube, die kann man auch aufwerten, aber... Stress drauf. Gut, ich glaube, jetzt haben wir alle besiegt. Dann gehen wir hier rein, in den neuen Gebiet. Hm. So, da sind wir. Das ist schön, bevor ich es vergesse. Tagebuch. Gut. Ja, das war ja gut. Wir haben hier eine Pflanze. Entschuldigung. Werdet ihr mir nie merken, wie das Teil aussieht. Und hier war nichts mehr, oder? Was ist das diese Fledermass? Gut. Nein, es gab nur ein Ding, oder? Ich bin mir Geräte nicht mehr sicher. So, weiter besiegt. Das nehmen. Ja, der Lotus. Okay, hier geht es echt weiter. Gut. Dann war es tatsächlich so, dass es nur... Dass es nur hier... Weiter geht. Gut. So, okay. Wollte auf Nummer sicher gehen. Gut. Wir untersuchen... Wir untersuchen die Gegend. Schon wieder entziehen. Okay, da geht es nicht weiter. Da oben haben wir... Ich wusste es. Und hier oben haben wir... Nichts. Okay. Warum auch immer. Wir werden dann gegriffen, oder? Was gehen wir... Okay. Hey. Amen. Okay. 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 Und será... Okay. Okay, der Typ ist abgehauen. All die anderen, die hier eingefroren waren, sind auch weg. Der scheint auch ein Eingefrorener zu sein. Ja. Geben aber nicht viele Punkte. Deshalb. Okay. Scheißdinger. Gut, was haben wir hier Schönes? Gut, dann werden wir zuerst mal trinken, um die volle Ladung zu kriegen. Und dann nochmal aufsammeln. Es gibt 300. Und hier kommt man echt weiter. Kommen wir hier hoch? Oh. Das war überraschend. Greift der Jinseng. Hm. Hm. Okay, welche wohnen denen sind echt und welche nicht. Wie konnte ich das dort übersehen? War ich blind? Intian. Ich dachte, der greift noch an. Ah, wir wissen, wer noch lebt. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht in seiner Nähe sind. Wo ist dieser Monkey? dieser kleine... Ah, da. Makakenhäuptling. Boah. Gute Begrüßung. Bude. So. Das war. Und was erler hat? Das war es. The only war weiblen. Wir sind so. Das war ich hübschen. Wenn man die Rechte schaffstelle. Ich wusste es. Was, das ist ein Sieg? Scheiß Makacke. Komm her. Komm wieder her, dann prügel ich die Scheiße aus dir raus. Aber gut. Hier haben wir sonst im Moment nichts. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber im Moment. Nicht. Ah, schade. Es gibt wirklich viele Orte, die man denkt, oh, man sollte eigentlich da rüber gehen können. Aber nein. So. Da oben ist ein Feuer. Ah. Die Eisenblätter. Gut. Hier kommen wir sonst nicht weiter hoch. Dann müssen wir höchstwahrscheinlich hier. Hätte man den Makakenkönig besiegen können. Was er um Gnade gefläht hat. So, da haben wir einen Wächter, wie es scheint. Hallo. Hier auch. Hm. Okay. Sind die stark? Wartob. 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 Ja. Okay. In dem Falle. wir verwenden die Gurke und dann weiter getötet ja, er ist nur ein Niederer das wusste ich die Frage ist, wie kommen wir darüber jetzt machen wir hier aufnehmen damit unsere Kürbisflasche wieder voll ist aber hier ist sonst nichts hm ah ich dachte das wäre so ein Gefäß wo Sachen drin sind aber nein, das ist nur ein Eimer ein Holzeimer ok und hier nichts gut da ist da ist die okay gut dass diesmal ist es gut abgelaufen wir warten bis wir folge also folgeheit bis zur hälfte geheilt sind trinken wir noch mal 45 ach das war er und hier können wir noch mal füllen so hier geht ein weg runter die andere frage ist wo geht es hier entlang ja So, das ist dann mal tränken. So. Nein. Tränken. Gut. Oh, sehr gut. Dann, nein, ich sollte zuerst tränken. Ich glaube, das füllt die Gurke voll auf. Ja. Aber leider nicht unser Leben und Manna. Und das ist sicher wieder ein Kino, oder? So. Sehr schön. Wurde er besiegt. Hier drüben. Kommen wir noch nicht. Okay. Also, ich weiß nicht, ob wir überhaupt da weiterkommen. Aber, ja. Dahinter sollten wir bald wieder einen Schrein finden. Sind erstaunlich lange. Schreinlos sucht die Gegend. Erstaunlich lange. So. Gut. Dann haben wir den besiegt. Und nehmen das hier. Und. Gold. Gut. Aber ich würde sagen, das war es für diese Folge. Also liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.